Untertitelung des ZDF, 2020 Potentiell gefährlich. Ich wiederhole, potentiell gefährlich. Es geschah in dieser Höhennacht, als ich plötzlich Gefattertod gegenübertrat. Der Tod trug am Kartoffelsack. Oh, hallo. Hey, deine Fantasen. Vielleicht sehe ich ja gerade den nächsten Freddy vor mir, den neuen Jason. Freddy, Mercury und so ein bisschen Christoph. Ich habe mein bisheriges Leben damit verbracht, ideenlose Slasher-Movies anzusehen. Und auf einmal taucht so ein Typ in der Badewanne auf. Zufall? Ich denke, das hat was mit Schicksal zu tun. Der ist weg! Großartig! Mein Haus ist vollgepackt mit hundert sechsjährigen besoffenen und bekifften Tweets. Und jetzt läuft auch noch unser Hockey-Masten-Monster da draußen rum. Ja, da muss man sich schon mal fragen, ob es wirklich so eine gute Idee war, einen entlaufenden Irren im Töten zu unternommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017